Herzlich willkommen zu einer kleinen Aufgabenserie, die ich als Vorbereitung für die Abschlussprüfung der allgemeinen Optik vorbereitet habe. Ich möchte diese Aufgaben vorlösen, damit Sie etwas Unterstützung haben bei diesen Berechnungen, die da verlangt werden. Es geht hier jetzt um Instrumentaloptik zum Teil. Wir haben hier ein Kepler-Fernrohr, das dreifach vergrössern soll und die Angaben auf dem Fernrohr lauten, objektiv hat eine Brennweite von 15 cm, einen Durchmesser von 80 mm, das Okular hat einen Durchmesser von 30 mm. Es ist nur eine Okularlinse vorgesehen. Wie gross ist die Brennweite des Okulars? Bestimmen Sie die Aperturblende für Objekte in unendlicher Entfernung. Berechnen Sie Orten-Durchmesser der Austrittspupille und jetzt sei beim Zwischenbild eine Feldblende mit 20 mm Durchmesser vorgesehen. Berechnen Sie die Ausdehnung des Gesichtsfelds auf 1000 m. Fangen wir an mit der ersten Aufgabe. Wie gross ist die Brennweite des Okulars? Es gibt ja bei diesen Fernrohren, sowohl beim Kepler wie beim Galilei-Fernrohr, wo wir aus einer Sammellinse ein Zwischenbild erzeugen, im Brennpunkt der Sammellinse. Und dann nachher beim Kepler-Fernrohr mit einer zweiten Sammellinse hier hinten dran, dann die Strahlen wieder so parallel machen. Wir haben also ein afokales System. Und die Durchmesser sind angegeben. Die Frage ist, wie gross wird die Brennweite des Okulars? Da gibt es jetzt die allgemeine Formel, die besagt, dass die Winkelvergrösserung dieses Systems berechnet werden kann, indem man die beiden Brennweiten durcheinander dividiert. Minus F Objektiv durch F Okular. Jemals die bildseitigen Werte, das ist die positiven Werte. Und wenn jetzt in diesem Fall das Fernrohr dreimal vergrößern soll, das ist ein Faktor 3, und wir wissen auch ja, dass das Objektiv eine Brennweite hat von 15 cm, da können wir also sagen, dass das Okular nachher eine dreimal kleinere Brennweite hat, also 5 cm. Also F' Okular ist gleich, das Auflösen, minus F Objektiv durch F Okular. Jetzt müssen wir aufpassen, im Grunde genommen ist das ja hier jetzt, Entschuldigung, minus F Objektiv durch diese Zahl 3, wobei wir dann denken müssen, dass beim Kepler Fernrohr ja eigentlich die Winkelvergrösserung negativ wird, also 3 mal aber negativ, sodass wir dann auch hier schreiben können, das gibt nachher 15 cm durch minus 3, das heisst wir haben dann 5 cm. Das ist also 5 cm gross. Wenn man die Formel sich überlegen will, also wo die herrührt, dann kann man sich vorstellen, dass man also Strahlen nimmt, die jetzt schräg einfallen, aus dem Unendlichen kommen, hier durch das Zentrum des Objektivs gehen und dann hier auf die Zwischenbild-Ebene gelangen. All diese Strahlen, die hier parallel einfallen, treffen sich dann auch hier an diesem Punkt. So, und jetzt wird dieser Punkt ja als Gegenstandspunkt für die zweite Linse genommen. Das heisst, wenn wir jetzt hier diesen Punkt, der ja in der Brennebene der zweiten Linse liegt, wiederum weiter abbilden, das sind jetzt nur die Konstruktionsstrahlen, die gibt es nicht in Wirklichkeit, dann wird jetzt der Strahl nachher so weiterlaufen. Dass wir sagen können, dass das Zentrum hier, der Strahl, der hier durch das Zentrum geht, zu diesem Dreieck hier gehört. Und der Strahl, der hier durch das Zentrum durchgeht, gehört zu diesem Dreieck. Wir haben beides mal hier die gemeinsame Kathete und können deshalb sagen, dass auch die Verhältnisse der beiden Winkel hier sich verhalten wie die Verhältnisse der beiden anderen Katheten, sodass wir so dann die Winkelvergrößerung erhalten. Wenn man die Vorzeichen mit beachtet, muss man dann eben dann minus 3 schreiben. Das wäre jetzt die Aufgabe A, Brennweide des Okulars, 5 cm. Aufgabe B, bestimmen Sie die Aperturblende für Objekte in unendlicher Entfernung. Also die Öffnungsblende, die dann auch die Lichtmenge beschreibt. Wir können uns da diese Strahlen mal anschauen und einfach kontrollieren, sind diese Strahlen, wenn die jetzt weiterlaufen hier, tatsächlich durch diese Öffnung hier begrenzt oder werden die dann weiter hinten vielleicht durch den Durchmesser des Okulars noch weiter begrenzt, sodass wir dann eigentlich mit der Aperturblende hier arbeiten müssten, beziehungsweise Ihrem Bild, der Eintrittsburgbille. Wenn wir da mal die Situation etwas korrekter aufzeichnen, also einfach mal schauen, wie sehen die Strahlen aus, die da aus dem Unendlichen kommen. Dann laufen die ja hier parallel zur optischen Achse ein, gehen dann hier durch diesen Brennpunkt durch. Und jetzt ist es eben wichtig, dass man das schön konstruiert. Wenn man da die Strahlen anschaut, und da hinten ist der Durchmesser des Okulars, dann sieht man, dass hier diese Strahlen, das hat man ein bisschen schöner gemacht vorher, tatsächlich dann auch das Okularvolltreffen. Schauen wir, wo ich diesen Teil habe. Hier sieht man es ein bisschen schöner. Also dieser Strahl hier, der kommt hier rein, den habe ich hier konstruiert, durch die Mitte des Feld, des Zwischenbildes. Und dieser Strahl geht dann hier tatsächlich ins Okular hinein, wird also da nicht weiter begrenzt durch das Okular. Also dass wir sagen können, die Rapporturblende ist das Objektiv. Wenn man das nachrechnen möchte, dann müsste man im Prinzip schauen, wie diese Dreiecke, die ja ähnlich sind, sich dann verhalten, und ob dann dieser Teil des Dreiecks hier, des roten Dreiecks, quasi eine kleinere Gegenkathete hat, als wenn man das gleiche mit dem Radius des Okulars rechnen würde. Man sieht das in der Konstruktion dann, dass die Rapporturblende, wie gesagt, als Objektiv ist. Und dann kann man auch die Rapporturblende abbilden, für die Aufgabe C. Wir wollen ja dann Ort und Durchmesser der Aussichtspapille ausrechnen. Die Aussichtspapille ist immer derjenige Ort, wo quasi alles Licht, was hier reinkommt, und das Objektiv auch dann an der engsten Stelle hinter dem Okular weiterkommt. Also wir können sagen, dass hier am Okular, dass das hier das Okular nicht war, dass hier hinten irgendwo diese Aussichtspapille steht, als Bild der Objektivfassung. Jetzt kennen wir ja da die Abstände bestens. Wir haben da gesagt, wir haben 15 cm für das Objektiv gehabt. 5 cm für das Okular hier, das heißt, wir haben insgesamt dann 20 cm. Das Abstand hier dazwischen. Wenn es jetzt die Gegenstandsebene ist, für diese Optik hier, dann heisst das, wir haben dann auch das A von minus 20 cm. Die Abbildungsoptik hier hat eine Brennweite von 5 cm. Und da können wir die Bratformel anwenden für die Bildweite. Das gibt dann auch, wenn man es umschreibt, nach A'. A' ist ja A mal F' durch A' plus F' und das gibt, das ist was vorher gemacht, minus 1,33 cm. Nein, 6,66 cm positiv. Also die Aussichtspapille ist hier 6 cm weiter hinten irgendwo da. Und der Durchmesser der Aussichtspapille wäre dann nachher entsprechend mit der Massstabsvergrösserung auszurechnen. Wir haben hier so eine Gegenstandsgröße von, was haben wir gesagt, 4 cm Größe. Wird hier abgebildet in einem kleineren Abstand. Das liefert mit der Massstabsformel dann minus 1,33 cm. Also Y' Das ist der Durchmesser hier der Aussichtspapille beziehungsweise die Grösse der Aussichtspapille wäre dann nachher minus 1,33 cm. Für den Durchmesser erhalten wir dann das Doppelte. Das war halt der Durchmesser gefragt. Das wären dann nachher hier 2,66 cm Durchmesser hier. Und bei der nächsten Aufgabe wird jetzt im Zwischenbild eine Feldblende von 20 mm Durchmesser angebracht. Also wir haben hier im Zwischenbild das ist ja hier eine Feldblende. Die begrenzt dann natürlich hier den Ausschnitt des Rellenbildes das wir hier erhalten. Und das heisst, dass wir dann auch entsprechend auch auf der Gegenstandsseite hier einen kleineren Ausschnitt sehen. zum Beispiel auf 1,000 m Distanz dann einen kleineren Durchmesser haben als wenn dann vielleicht die Feldblende nicht da wäre. Wir können dazu wiederum rasch die Konstruktion etwas vorbereiten. Wir haben jetzt hier den roten Strahl genommen der gerade den Rand dieser Feldblende hier berührt. Dieser rote Strahl der geht dann tatsächlich ja durch diese Optik hindurch. auch beim Ocular und wenn wir jetzt Strahlen anschauen die also hier zu diesem Rand führen dann laufen diese Strahlen zunächst mal parallel zu diesem roten Strahl ein und gehen dann zusammen hier auf diesen Punkt und laufen dann natürlich weiter hier und werden dann auch parallel gemacht mit dem Ocular. Jetzt für die Größe des Bildes oder der Objekte hier in der Gegenstandsebene kann man jetzt eigentlich davon aus also benutzen dass diese beiden Dreiecke wieder ähnlich sind. kann also dieses Dreieck hier die beiden Katheten hier als also als Vorgabe nehmen dann für das entsprechende Dreieck hier auf dieser Seite. Wir können es hier sagen dass diese Kathete durch diese Kathete das wäre es in dem Fall hier jetzt der Radius der Feldblende oder nehmen wir gerade den Durchmess der Feldblende das ist das Doppelte nicht wahr das ist das 20 Millimeter ja 20 Millimeter dividiert durch die Distanz hier das sind die 15 Zentimeter also 150 Millimeter das war die Brennmette vom Objektiv ist dann gleich gross wie der Durchmesser hier auf der Seite nehmen wir das mal X dividiert durch den Abstand den wir da wollen das sind in dem Fall 1000 Meter gewesen das heißt das gesuchte X der Durchmesser dieses Gesichtsfeldes auf 1000 Meter wäre nachher 1000 Meter mal 20 durch 150 Millimeter kürzt sich gerade weg 1000 mal 20 durch 150 wir erhalten 133 Meter ungefähr das wäre die Rückwärtsrechnung von dieser Feldblende auf die entsprechende Größe des Ausdehens des Gesichtsfeldes auf 1000 Meter damit haben wir die erste Aufgabe gelöst bei der zweiten Aufgabe haben wir nicht mehr ein Kepler Fernrohr sondern ein Galilei Fernrohr das habe eine vierfache Vergrösserung und eine Baulänge von 12 Zentimeter das ist wenn das Ganze auf unendlich eingesetzt wird und jetzt werden die zwei Linsen voneinander weiter entfernt um 6 Zentimeter das heißt der Turbus wird dann länger und kann das Ganze ist dann natürlich nicht mehr auf unendlich fokussiert sondern man kann es jetzt benutzen als Fernrohrlupe also als eine Lupe die für Objekte die näher sind genutzt werden kann die Frage ist dann wie groß ist der Arbeitsabstand schauen wir uns unsere Stichkonstruktion an zu einer Galilei Einrichtung wir haben jetzt eine Sammellinse und eine Zerstreuungslinse wir wissen dass die Sammellinse zu einem Brennpunkt führt der dann aber vorher wiederum mit einer Zerstreuungslinse die Strahlen parallel laufen lässt das war auch ein avokales System jetzt haben wir eine vierfache Vergrößerung beim Galilei System ist ja alles aufrecht wir haben da wirklich positive Vergrößerung die Baulänge ist 12 Zentimeter wir müssen jetzt mal schauen wie groß dann die Brennweite vom Objektiv ist zum Beispiel wir wollen diese Distanz hier mal C nennen die wir dann noch benötigen das ist dann die Brennweite des Okulars wir können deshalb sagen dass F Objektiv die Brennweite gleich groß ist wie 12 Zentimeter plus C und F Strich Objektiv durch F Strich Okular ist ja gleich 4 wenn wir das dann hier einsetzen erhalten wir also F Strich Objektiv das ist ja eben Entschuldigung das sind die 12 Zentimeter plus C ist gleich groß wie F Strich Okular das ist in dem Fall auch das C und das ist gleich 4 das wir hier dann erhalten 4 mal C also 12 Zentimeter plus C ist gleich 4 mal C um das auflösen dann können wir auf beiden Seiten C subtrahieren und erhalten 12 Zentimeter ist gleich 3 mal C oder C ist nachher 12 Drittel also 4 Zentimeter wir können also sagen dass wir hier beim Okular das ist ja eine virtuelle also das ist also eine Zerstreuungslinse haben wir minus 4 Zentimeter Brennweite dann somit haben wir die ganzen Distanzen für dieses Galilei System und können jetzt fragen wie groß der Arbeitsabstand ist wenn wir die Distanz grösser machen wir wollen ja jetzt das Ganze um 6 Zentimeter verlängern das heißt von der ursprünglichen Situation hier wird das Ganze nach 6 Zentimeter weit nach rechts gehen das heißt nachher haben wir hier das Objektiv das immer noch seinen Brennpunkt hier hat bei 16 Zentimeter aber die Okularlinse ist dann nachher 4 und dann nochmals 2 also 6 Zentimeter weiter gerutscht sind wir also da haben wir also insgesamt hier nochmals 2 Zentimeter und 16 Zentimeter das gibt dann zusammen hier 18 Zentimeter und die hat ja dann nach wie vor ihren virtuellen Brennpunkt hier bei 4 Zentimeter jetzt müssen wir uns überlegen was bedeutet das jetzt für den Arbeitsabstand dieser Situation wir müssen ja erst damit das Ganze noch funktioniert dass wir also wieder ein System haben wo dann die Strahlen nachher parallel aus dem Okular kommen müssen wir jetzt davon ausgehen dass also der Abstand zwischen der Objektivlinse und dem Bild das die Objektivlinse erzeugt jetzt also 18 plus 4 also 22 Zentimeter sein muss das heißt wir müssen diese Linse so mit einem Objekt versehen dass ihr Bild dann hier ist also A' 22 Zentimeter hier nach rechts und wir überlegen uns wie gross wird das zugehörige A und wiederum haben wir hier die Badformel die wir jetzt aber auflösen nach A das macht so halt erhält man A ist gleich F' mal A' durch F' minus A' das F' sind jetzt hier diese 18 äh 16 Zentimeter Brennweite vom Objektiv das A' sind jetzt die 22 Zentimeter und äh unten haben wir jetzt also F' das sind eben 16 minus 22 Zentimeter das ausrechnen 16 mal 22 durch 16 minus 22 da hat wir minus 58 mal 6 Zentimeter können jetzt die Lupe diese Fernrohrlupe jetzt so verwenden dass wir Objekte die 58 6 Zentimeter entfernt sind vom Objektiv hier 50 Zentimeter ein halber Meter dass die nachher im Okular scharf erscheinen wenn das Okular um 6 Zentimeter weiter hinten steht als es in der unendlich Stellung wäre geschne weiter schaue habe schau schau 還